4.500 Tonnen Stahl und Beton. Im Ralf-Schumacher-Kartcenter verbirgt sich eine der modernsten Indoor- und Outdoor-Kartanlagen Europas, die an echten Formel-1-Rennwagen vorbeiführt. Nicht nur Team-Events, sondern auch Firmenfortbildungen können hier durchgeführt werden. So erklärte Anja Niekerken ihren Denk-Event-Teilnehmern, was zu tun ist, wenn der Traumjob zum Albtraum geworden ist. Montags muss ich immer kotzen. Anja Niekerken referierte bei ihrem Denk-Event im Ralf-Schumacher-Kartcenter über die immer größer werdenden Ansprüche der Arbeitswelt. Die Speakerin lieferte praktische Hilfen zur Selbsthilfe gegen Arbeitsübelkeit und ihre Folgen. Sie zeigte, wie wir Arbeit neu denken können, was Arbeit ausmacht und welche guten Seiten auch der blödeste Job bietet. Ja, wunderbar. Sehr, sehr herzlich, offen und hat einen sehr, sehr tollen Vortrag abgeliefert und auch viele neue Denkanstoße eingegeben. Absolut authentisch und vor allem locker. Hat mir sehr gut gefallen. Sie hat eine Frage angesprochen, die mich immer schon umtreibt, nämlich das Warum im Leben, das Warum im Beruf. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de